Herzlich Willkommen auf der CMS in Berlin und vom WFBSC Weltkongress. Die CMS ist und bleibt für uns. Die CMS ist für die Gebäudedienstleister nach wie vor die wichtigste Fachmesse, vor allem mit dem diesjährigen Schwerpunkt Digitalisierung und in Kombination mit dem WFBSC Kongress. Es bietet sich die hervorragende Gelegenheit, das Thema auf ein internationales Parkett zu heben und den Austausch aller Marktteilnehmer auf der ganzen Welt zu ermöglichen. Die CMS befindet sich weiter auf erfreulichem Wachstumskurs. Als Kombination von Messe und Kongress wird sie im Jahr 2017 das bedeutendste Branchen-Event in unserer Branche sein. Die Kombination aus Weltkongress, internationaler Fachmesse und Networking-Veranstaltung macht die CMS im Jahr 2017 zum weltweit bedeutendsten Branchen-Event. Unser Ziel ist es natürlich, diese CMS auch als Kompetenzzentrum der Branche zu positionieren und alle relevanten Zielgruppen fachspezifisch einzubinden. Mit jeder CMS steigt die nationale und internationale Bedeutung der Messe für unsere Branche. In diesem Jahr ist die Verbindung mit dem WFBSC Kongress ein ganz besonderes Highlight. Untertitelung des ZDF für funk, 2017